Dieses Spiel heißt Tic-Tac-Toe. Als Material brauchen wir Reifen und Schleifen und Ziel ist die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten wie der Schnelligkeit. Je nach Gruppengröße können unterschiedlich viele Spielfelder gebildet werden und Ziel ist es, wie beim normalen Tic-Tac-Toe innerhalb der neuen Reifen eine Reihe von drei Schleifen von einer Farbe zu bilden. Das Nette an dem Spiel ist, dass neben der Schnelligkeit auch die kognitive Fähigkeit der Schüler eine wichtige Komponente darstellt. Untertitelung des ZDF, 2020